ja hallo leute herzlich willkommen wieder beim moped sport zum saisonende kann ich euch noch mal ein moped vorstellen und zwar eine seltene zündapp ks 80 super von 1983 die gehört dem frank aus solingen und ist im unverbastelten originalzustand maschine hat 22.976 kilometer gelaufen werden sie jetzt mal starten ein tritt die maschine läuft drätselmesser funktioniert nicht aber sonst wie gesagt in sehr schönem originalzustand läuft sehr schön motor hat sehr viel laufkultur viel weicher als ein saxmotor ich wünsche euch noch einen schönen tag macht's gut